Ich bin total hektisch. Ich bekomme heute einen hohen Besuch. Der Literatur-Nobelpressträger will mich besuchen kommen. Ja, er will mir eine wunderschöne Bibliothek sehen, aber die ist total verdreckt, voller Stab und Schmutz. Geh mal, ich fang schon an. Weg, 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 weg. Hör, er ist überall, nur über. Stab, drück. Ja, ich lache nicht. Weg, 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 weg. Da, die Leute, da alles, was ich da, hat dann die Scheisse die Urlös nach Halt gefahren. Das hir second ist doch einfach gleich Looks sind okay, tenben Prozent. Zum Glück ist das der Atemnot. Weiter geht's. KYbel, weg, weg mit den scheisse Tax Pas aeroplanen. So, gähm' dielassicht aus. Die Stabmäuse, die tief gehen. Wie es dir noch ist, six, sech Sie str Summen. Weg, 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 weg. Ich nach nichts mehr. Ähh... ehh... Ich bin kein... Ich bin kein Gerriter Putzteife. Wach, ich habe mich nicht gebacken als Literatur Nobelpreis trin, wie es auch steht bei mir in der Bibliothek! Es soll euch heißen gehen! Bamm, wisch, 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 weg, weg, weg!